So, ihr hört so, Mandy Sixer. Willkommen hier bei What Lizard Lazy vs. The Cats. Erst hab ich gedacht, er wird so ein Musikspiel. Ist aber ein Third-Person-Shooter. Für 60 Cent. Ja. What Lizard vs. Herself. Na okay. So, machen wir hier einfach mal. Für 60 Cent. Kann man nicht sagen. 2.50 MB. Ich hätte ihnen nur noch 1,60 Euro als Guthaben übrig, bevor ich noch eine Playstation-Guthaben gekaufe. So, er ist ja dann gepasst. Für 60 Cent. So schlecht könnte er dann wohl nicht sein sollen. Na, gucken wir einfach mal. Grafik sieht auf jeden Fall speziell aus. Mal alle abschlafen, okay. Da sind ich mal gespannt. Tja. Irgendwie früher. Na gut. Außer, dass das, ähm, ja, diese Rundungen gab früher nicht. Aber sonst alles immer fähig. Also, hier der Arsch wackeln und so weiter. Also, hier sind wir schon Gegner. So, hier geht's schon ab. Hier wird. So, was? Niedergestreckt. Lösen sich auf, okay. Da kann man hier noch rollen. Hamsterrolle. Das ist immer alles zwischendurch. Nichts gesagt. So, keine Ahnung. Ist hier rund, äh, dunkel. Ja, also echt so, so sagen früher, ja, keine Ahnung. Kommt doch auch für den 60, äh, ja, die Spiele aus. Aber nur ein 2D, 3D gehabt hat, weiß nicht was. 3D gehabt hat, ne ganz. Na hier, was, äh, Klötze, was. So. Ja. So, ah ja. Warum, warte mal, wie kann man so weit springen? Also hoch, okay. Die automatische Zielhilfe. Auf einmal tausend Feinde. Aber eigentlich kann man direkt die automatische Ziel... Ähm, anvisieren. Das ist schon mal cool. Kommt, für 16 kann man nichts sagen. Ähm, wenn man gleich da Platin hat, dann ist halt mir auch egal. Umso besser. Energie habe ich schon noch genug. Tja, wie ein bisschen, ein bisschen stuberer aus. Hier, äh, die Grafik. Na, okay. Müssen sich erstmal dran gewöhnen. Einmal so, etwas zur Pfann. So schwer scheint aber gar nicht zu sein. Ich konnte doch gar nichts aussuchen. Erster Level gepackt oder was. Ringgerollt. Aber das kommt mir schon, bitte will ich nicht. Ja, die Graben sind schon kaputt. Keine Ahnung, weil das... Einfach immer wie neu anvisieren. Automatisch. Und dann einfach schießen. Dann hatten wir keine Probleme. Irgendendlich Schuss. Gott sei Dank. Ja. War schon. Was? Ja. Ja. Am 8. So, was konnten wir sonst noch machen? Ne, außer so hoch springen. Tja. Ja, zweiter Abschnitt. Ja. Daumen nicht kann man so lassen. Erster Fall. Wegrollen kann man immer wieder neu anvisieren. Das ist eigentlich easy. Ich schieße die. Ich schieße die Automatisch. Warum drüge ich überhaupt eher? Der hält schon mehr aus. Der hier, die hier. Ja. So. Warte auch schon wieder. Ja. Hamsterrolle. Ja. Tja weg. Musik immer noch ganz okay. Wenn ich mir wieder neu anvisieren. Schon wieder neue Trophäe. Genau. Haben die mich überhaupt bis jetzt nicht getroffen. Keine Ahnung. man kann auch warten bis sie da rauskommen ausgelockt da war doch mal arsch gewackelt so eine energie hält schon mehr aus besser andere zuerst töten bei mir aus optik ja gut das stresst ein bisschen dass man schnell laufen kann okay hat ja jetzt an heute ja was kommt er in geflogen so noch hier hat viel so war schon wieder also sind wir kommen die bekommen die näher aber aus der hamster ecke kommen sie her so er ist klar wenn mit ihr wieder ein abschnitt wort damit man hier seine kipp ziehen hat da sind sie schon übereinander oben irgendwo hinter hinter einem kommen sehr komisch ja unter allem weil die oma tja ist ein merkwürdig schießt die überhaupt die ganze zeit ne gehen wir automatisch schießen na ja also stärker 2 und findet es noch einer irgendwo so erst macht man die schwachen zuerst platt normalerweise so kann ich mal hier so naja jetzt sind die endgegner gegner naja trifft doch immer ist gut so hat noch einen roten noch eine rote so ich hoffe hier noch naja ich weiß nicht ob hier bei dem spiel jetzt platin gibt wahrscheinlich eh nur so 100 prozent normale trophäen konntest du jetzt nicht gucken immer noch da sind schon viele katzen ich glaube das vom musiker ist oder so weiß ich nicht so werden wohl jetzt alle gewesen sein hoffentlich nehmen wir nicht so so was sieht aus da oben schon wieder kommen die immer wieder neu so 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 ja haben wir acht woher kommen die denn hier labyrinth wie gesagt es ist doch das erste mal so ich warne halt jetzt mal alle so ich mache veräxer die zuerst weg damit die nicht mehr da rumstressen so ich habe mich wartet jetzt mal hier ja jetzt müssen wir wissen wo die tür ist oder war werdet überhaupt jetzt alle waren wenn nicht ähm kannst du die gegner suchen gehen da habe ich jetzt gar kein lust drauf aber die tür ist zu eröffnen so okay abschnitt gepackt so naja hat er gepasst erster level oder was und durchgepackt keine ahnung ja warum nicht kaum für 16 Cent kann man nichts sagen so naja jetzt hier war ich jetzt das video davon keine ahnung ob das jetzt noch weiter geht oder nicht bevor ihr euch vor der Playstation hier abkackt so auch wünschen euch wieder einen Fall mehr abonnieren und ähm für 16 Cent kann man wohl nichts sagen so jetzt wart ihr mit dann macht euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal